Der Super Nintendo ist eines meiner liebsten Spielsysteme aller Zeiten. Ich sammle es schon seit ungefähr drei Jahren und da haben sich so einige Spiele angesammelt. Welche genau seht ihr jetzt? Willkommen zu dem Video zu meiner Super Nintendo Sammlung. Ich habe mittlerweile so ungefähr 75 Spiele, ich glaube ein, zwei sind es mehr, zusammengesammelt und sammle seit so ungefähr drei Jahren. Grundsätzlich ist es zu meiner Sammlungsweise. Ich gucke mal gerne so Spiele und kaufe mir die blind, einfach nach dem Motiv und nach dem Titel, weil der mich neugierig gemacht hat. Und natürlich Spiele, die ich damals schon gekonnt habe und gerne spielen möchte nochmal. Bei mir liegt der Fokus eher darauf, nur das Modul zu haben. Also ich bin kein OVP-Sammler oder ähnliches. Und der Zustand ist mir, naja, sag ich mal, relativ egal. Also natürlich nicht komplett. Also das Körper sollte schon einigermaßen ansehen, nicht aussehen. Aber ob das Kartoffel jetzt so ein bisschen vergilbt ist oder ähnliches, ist mir persönlich nicht ganz so wichtig. Bei mir kommt es hauptsächlich auf das Spielen an und nicht um möglichst einen tollen Zustand zu haben. Ja, ihr habt es vielleicht schon immer gesehen. Mein Regal, wo ich hier auf der Seite die Super Nintendo Spiele immer präsentiere. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch, was da alles ist. Vielleicht habt ihr euch schon bei einem oder anderen Video mal gefragt, hm, was steht denn da so alles? Wir gehen jetzt alles zusammen durch und ich würde sagen, wir fangen gleich mit den Highlights meiner Sammlung an. Beziehungsweise, ja nicht komplett Highlights, aber so ein bisschen schon. Und zwar fangen wir hiermit an mit Secret of Mana. Ich nehme die Packung jetzt mal nicht raus, weil ihr seht, ich habe da so ein bisschen Figuren vor und drapiert und so weiter. Da fällt im Zweifel etwas um. Circuit of Mana. Also, ja, da muss ich jetzt natürlich wieder das revidieren, was ich gerade gesagt habe. Also die Big Boxen, also diese großen Super Nintendo Boxen, wo hauptsächlich die Rollenspiele damals ausgeliefert wurden, die sammle ich schon so etwas gerne. Also, Ziel ist es von mir, irgendwann mal diese Big Boxen vollzukriegen. Die sind natürlich leider relativ teuer. Deswegen kommt auch nur mein Spiel so alle, für alle paar Jahre mal zustande. Aber Secret of Mana, die musste ich unbedingt haben, die Big Box. Gehört auch eines so den teureren, die man sich so kaufen kann. Ist, glaube ich, jetzt auch das teuerste Spiel, was in meiner Super Nintendo Sammlung war. Oder beziehungsweise ist natürlich. Ja, super, Secret of Mana. Ja, fantastisches Spiel einfach. Ich habe es damals geliebt, durchgezockt und ich weiß nicht, vielleicht ist es mein Lieblings Super Nintendo Spiel sogar. Ich weiß nicht, also das kämpft da sehr, sehr stark mit Zelda. Auf jeden Fall ist es eines meiner Lieblings Super Nintendo Spiele. Auf jeden Fall unter den Top 3 ist es auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes, episches Rollenspiel. Ich glaube, die meisten von euch werden das Spiel kennen. Deswegen muss ich da jetzt gar nicht so viel Worte dazu verlieren. Ist auf jeden Fall ein klasse Spiel und sollte eigentlich jedem ein Begriff sein, der sich mit dem Super Nintendo auch nur im Fernsehen beschäftigt. Und natürlich Pflichttitel für jeden, jeden Super Nintendo Sammler. Herrliches Spiel, herrliche Musik. Ah, sehr schön. Nicht nur die Kindheitserinnerung, auch noch heute sehr gut spielbar. Kam ja auch das Remake jetzt letztes erst raus. Dann habe ich hier etwas versteckt. Mystic Quest. Und zwar ist das etwas besonderes Spiel. Ihr seht es gerade eingeblendet. Die Packung, die hat es nicht in so gutem Zustand. Das hat eine kleine Vorgeschichte. Und zwar ist das Spiel damals original, damals meins gewesen. Also ich habe mal vor anderthalb Jahren ungefähr meinen Ausflug auf den Dachboden meiner Eltern gemacht. Und da so einige Schätze wiedergefunden. Da werde ich jetzt auch noch gleich etwas drauf eingehen. Darunter war auch das Spiel. Und ja, das habe ich damals bei einem Flohmarkt gekauft. Und da, wo ihr diese Stelle jetzt seht, da war der Flohmarktpreis von 20 DM drauf. Ja, ich habe das runtergefunden und sah natürlich, das sieht nicht schön aus. Ich war auch schon sehr fest der Kleber. Und da ich mit diesem Kleber entfernen nicht so der Experte bin, habe ich meine Mutter gefragt. Ich war ja gerade bei meinen Eltern. Und naja, so Hausfrauen, die kennen ja eigentlich immer irgendwelche Trips. Also, Mama, kannst du mir das abmachen? Ja, ja, ich kriege das hin. Das ist kein Problem. Ja, ein paar Stunden später kam sie dann ganz stolz. Ich habe es abgekriegt. Und genau so. Ich wollte es ja eigentlich, dass man noch das da drunter sehen kann. Aber naja, Mütter, da habe ich mich vielleicht auch falsch ausgedrückt. Also, Mystic Quest ist, glaube ich, das erste Rollenspiel auf den Super Nintendo gewesen. Man merkt das auch, dass es so ein bisschen eher auf Einsteiger zugeschnitten ist. Ist natürlich sehr simpel, hat ein rundenbasiertes Kampfsystem. Ja, ist natürlich auch von der Technik im Vergleich zu Secret of Mana oder ähnliches sehr, sehr simpel, würde ich sagen. Ist ja, ist nur spielenswert, ja. Ja, aber ist eher so bei den Rollenspielen so am unteren Ende, sage ich mal, der Qualitätsstufe. Aber ist kein schlechtes Spiel. Dann noch meine letzte Big Box, die ich habe. Lufia. Und zwar habe ich mir das jetzt letztens erst gekauft. Dieser Titel, den hatte ich damals gar nicht. Und der hat mich immer neugierig gemacht. Weil dieser Titel, Lufia, das ist ein Spiel von Enix und nicht Square wie die anderen. Und er hat auch ein rundenbasiertes Kampfsystem. Ich habe jetzt bisher noch nicht allzu viel Zeit rein investiert. Ich habe dir ja mal so einen kleinen Stream mit dem Anzocken gemacht. Sieht sehr interessant auch. Auch technisch, da kann es nicht unbedingt mit Secret of Mana mithalten, meiner Meinung nach. Aber es scheint ein durchaus gutes, solides Spiel zu sein. Ja, auf jeden Fall, das sind meine Big Boxes. Also ich versuche jetzt immer mal nicht allzu labrig zu werden. Weil ich glaube, bei 75 Spielen wird das Video sonst viel, viel zu lang. Und das muss ja auch nicht sein. Das sind meine Big Boxes. Ich denke mal, ja, das wird sich auf jeden Fall so erweitern. Ich schiebe hier immer mal wieder so als nächstes, was ich mir gerne kaufen möchte, auf die Metroid. Obwohl die natürlich noch mal eine Stufe teurer ist. Und wenn man da jetzt nicht unbedingt irgendwo ein Schnäppchen machen kann. Aber ich habe da meistens auch gar nicht so die Ausdauer, da ständig irgendwie das beste Angebot vom Besten zu finden oder ähnliches. Aber na gut, ist immer ein Etwas. Dann kommen wir hier auf die nächste Reihe. So organisiere ich die meisten meiner lose Super Nintendo Spiele. Und zwar zeige ich euch das mal. Hier haben wir das erste Spiel Super Soccer. Und zwar, ich muss mal immer gucken, wie das mit dem Licht, das nicht mit der Folie spiegelt. Das Problem ist natürlich, wir Europäer haben mit den Super Nintendo Modulen etwas Pech. Und zwar die Amerikaner. Die haben hier auf der Rückenseite, haben die auch immer den Titel noch stehen. Das heißt, man kann die den prima ins Regal sortieren und sieht trotzdem noch. Bei uns sieht das halt sehr blöd aus. Und dann habe ich mir halt so, weil was kosten-nutzenmäßig relativ günstig ist, was ausgedacht. Und zwar gibt es ja diese Plastikfolien. Wenn man da mehrere bestellt, zahlt man vielleicht 90 Cent das Stück oder ähnliches. Halt schützt vor Staub und so weiter. Und damit das natürlich denn etwas ansehnlich wird, druck ich mir immer das Cover aus. Und zwar gibt es ja die Seite thecoverproject.com oder .net. Weiß ich gerade gar nicht. Da kann man diese Cover finden. Und zwar sind die eigentlich für diese Universal Game Boxes quasi ausgelegt. Die sind hier in Europa leider nicht wirklich verbreitet. Das ist quasi so eine Standardbox. Die kann man in Amerika wohl kaufen, wo man quasi Super Nintendo Spiele, NES Spiele, die sind quasi für alle passend. Und für dieses Format sind dann auch diese Covers angepasst. Ich verkleinere mir die, die halt dann auf die Größe, die ich brauche, schneide die aus, packe die einfach rein und dann mache ich da natürlich das Modul mit rein. Dadurch hat man dann quasi hier ein schönes Rückenschild. Ist natürlich jetzt keine Lösung, weil es natürlich einfaches Papier ist. Das verknickt denn schon mal, wenn man das Modul ständig raus- und reinnimmt. Das verknickt denn gerne schon mal. Ist natürlich jetzt keine Lösung, wie gesagt, für Spiele, die man jetzt dauernd rausnimmt. Deswegen so aktuelle Spiele, die ich immer spiele, die habe ich immer lose da liegen. Aber so fürs Aufbewahren, fürs Regal ist es eigentlich eine ganz gute Lösung. Kostet nicht viel und man hat ein bisschen was Schönes im Regal. Also ihr seht selber, ich hoffe, das spiegelt nicht ganz so sehr mit den Folien, dass ihr das sehen könnt. Also ich finde es eigentlich eine ganz gute Lösung und kostet nicht viel Geld. Ist natürlich, wie gesagt, keine super Lösung. Aber fangen wir mit dem Spiel an. Und zwar haben wir hier Super Soccer. Ja, das war auch ein ganz, ganz frühes Spiel. Ich habe mir das eigentlich nur geholt. Ich bin überhaupt nicht der Fan von Sportspielen. Ich habe mir das geholt, weil ich ein Super Nintendo Poster von damals habe, wo quasi so die ersten Spiele, diese Hits aufgelistet sind. Und ich dachte mir, okay, die willst du alle haben. Ich glaube, R-Type war da drauf, SimCity, natürlich Super Mario World und so weiter. Und da drin das Spiel. Weil naja, Europa, die sind fußballverrückt, müssen wir ein Spiel breiten. Ich habe mal reingespielt. Das komische Ansicht steuert sich komisch. Aber Sportspiele allgemein sind ja meistens sehr schlecht gealtert. Es gibt da natürlich auch Ausnahmen wie Blades of Steel. Aber muss man nicht haben. Aber ist ein sehr, sehr günstiges Modul. Dann haben wir hier als nächstes Akanoid Do It Again oder Do It Again. Ich konnte zuerst mit Namen überhaupt nichts anfangen. Aber Do sind da die Gegner, die heißen. Und dann macht das natürlich so ein bisschen wortspielmäßig ja sogar Sinn. Ja, ist im Prinzip eine Variante vom alten Akanoid-Prinzip. Kann man spielen, ist jetzt aber nichts Besonderes. Also dafür finde ich, dass das Spiel relativ spät im Lebenszyklus des Super Nintendo erschienen ist. Ist da die Technik doch sehr, sehr einfach. Also allgemein für die meisten Spiele, die ich euch jetzt zeige, habe ich schon einen Test. Also falls ihr die eingewendeten Spielszenen euch irgendwie neugierig gemacht habt, könnt ihr gerne bei mir auf den Kanal schauen und da mal nach einem Test gucken. Für die meisten habe ich einen. Aber kann man kaufen, wenn man Fan vom Spielprinzip ist. Aber ist jetzt nichts Besonderes. Was etwas Besonderes ist und was ich auch damals geliebt habe, ist Yoshi's Island. Und zwar Super Mario World 2. Die haben da wirklich, also mir persönlich gefällt das Spiel sogar besser als der Vorgänger. Was ja so mit der beste Plattformer auf dem System ist, ist sehr, sehr liebevoll gestaltet. Mir gefällt dieser Grafikstil und mir gefällt auch deren Maßnahme, dass sie eben nicht einfach ein Super Mario World 2 gemacht haben, sondern einen ganz eigenen Weg mit einem ganz eigenes Ziel gegangen sind. Herrliches Spiel, super Empfehlung. Für mich vielleicht sogar der beste Plattformer für das System. Da gibt es immer so ein bisschen Glaubenskrieg. Manche finden den Teil besser, manche finden den ersten Teil besser. Ist natürlich Geschmackssache. Aber ich liebe diesen Stil. Unter der Verwendung des FX-Chips, der eigentlich so für Starwing und so weiter benutzt wurde, wurde das möglich gemacht auf dem System. Die holen da wirklich alles aus dem System raus. Herrliches Spiel, sage ich euch nur. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar Tiny Toons Buster Busts Lose. Auch ein sehr, sehr schöner Plattformer. War ich echt überrascht. Bei Tiny Toons gibt es natürlich auch so einige Spiele auf dem System, die nicht so gut sind, sage ich mal. Aber das Spiel ist ein sehr, sehr guter Plattformer. Sehr schöne Technik. Sehr schönes Feeling. Wenn ihr einen guten Plattformer spielen wollt, solltet ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Dann hier der nächste Kandidat. Und zwar Exley. Sehr, sehr schöne Shoot'em-Up mit einer sehr, sehr interessanten Perspektive. Und zwar wird hier dieser Mode 7-Effekt, was ja so ein bisschen, ob bei Mario Kart zum Beispiel zustande kam und so weiter, dass man so ein bisschen so eine Art 3D-Effekt hat, obwohl es ja kein richtiges 3D ist. Sehr, sehr schöne Shoot'em-Up. Natürlich, logischerweise wie das Genre eben, ist nicht gerade leicht. Aber sehr, sehr schön. Macht sehr, sehr viel Spaß. Vielleicht sogar mit eines der besten Shoot'em-Up für das System auf jeden Fall. Macht sehr viel Spaß. Wenn ihr Fans des Genres seid, solltet ihr hier auf jeden Fall mal reinschauen. Dann haben wir Testmania. Und da war ich sehr positiv überrascht. Und zwar ist das auf manchen Systemen oder auf dem meisten Systemen ein simples Jump'n'Run. Und hier haben sie wirklich sich mal das System geschnappt, sich angeguckt, okay, was für Vor- und Nachteile bietet das. Und dann, hey, Mode 7-Effekt. Und deswegen ist es so eine Art Rennspiel, ohne es wirklich, dass es ein Rennspiel ist, sage ich mal. Es klingt jetzt etwas komisch, aber ihr steuert den Test aus der Rückenansicht über Straßen, müsst halt Hindernissen ausweichen, um dann halt Vögel essen. Macht Spaß, ist mal ein anderer Ansatz. Ich bin mal froh, dass es kein Plattformer ist. Ist jetzt kein Must-Have, aber durchaus meinen Blick wert. Dann haben wir als nächstes die Schlümpfe. Nicht wundern, manchmal sieht das Cover etwas komisch ausgedruckt aus. Es liegt dann daran, dass bei mir, beim Wanddrucker, gerade die Tinte etwas leer war. Und ich sehe nicht ein, wenn da noch ein paar andere Farben sind, den auszutauschen. Also ein bisschen Geld sparen muss man ja auch. Dann sieht es halt etwas komisch aus. Da sehen wir gleich bei ein paar Spielen, da kommen wir in die pinke Phase, sage ich mal. Hier war natürlich eindeutig das Schwarz, alle. Ja, die Schlümpfe im Plattformer. Mir persönlich gefällt es nicht. Ich finde es etwas undurchsichtig, ist aber eigentlich von der Technik her und so weiter solide. Es gibt durchaus Fans davon. Ich bin kein Fan davon. Schlümpfe Spiele gibt es also einige. Die auf dem Gameboy sind alle durchaus solide und gut. Aber das gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Dann kommen wir zu einem, naja, nicht so guten Spiel. Und zwar Vortex. Und zwar kommt das von, wie heißt das Entwicklerstudio nochmal? Von, genau, von Electrobrain. Gut, dass das hier hinten auch drauf steht. Die haben ja auch Starwing quasi entwickelt, beziehungsweise die Technologie dafür und für den FX-Chip. Nintendo hat dann halt das Spielkonzept von Starwing für sich genommen und dann halt einfach als Nintendo-Formel umgemodelt mit den Tierportraits und so weiter. Das erschien dann nach Starwing und da merkt man, da fehlt dieser Nintendo-Flare. Also sowieso diese 3D-Super-FX-Chip-Spiele gefallen mir persönlich nicht, weil ich finde, frühes 3D in Spielen fand ich schon damals hässlich. Schon damals habe ich mir immer gedacht, warum macht ihr nicht schöne Pixel-Art hier? Das ist einfach hässlich. Und deswegen ist es noch schlechter gealtert. Es hat natürlich Framerate von 5 Frames per Second, so nach dem Motto. Hier ist das Besondere, spielt sich so ein bisschen natürlich auch wie Starwing, dass ihr euer Gefährt in verschiedene Fahrzeuge morphen könnt und die natürlich verschiedene Vor- und Nachteile haben. Ich bin kein Fan davon. Kriegt ja auch relativ günstig mittlerweile, aber ja, das ist wieder so ein Kandidat, das habe ich mir wegen den Namen gekauft, weil ich neugierig war und dann so, oh, Super FX-Chip. Ja, shit. Oh, naja. So, dann haben wir hier wieder ein Spiel. Da habe ich jetzt kein Cover und zwar ist diese Seite, The Cover Project hat auch nicht für alle Spiele Cover. Dann mache ich das einfach so, dass ich hier ein Settle mit den Namen reinmache. Und vor allen Dingen hier für so ein Grupp-Spiel hier, Virtual Bart, Simpsons-Spiel, muss ich nicht viel zu sagen. Ich habe eine Retro-Panda-QC-Folge dazu gemacht. Quasi eine Art Minispiel-Sammlung. Ist Mist. Ist wirklich Mist. Was nicht Mist ist, ist der nächste Titel und zwar Uniracers. Das ist ein ganz interessantes Rennspiel. Ist technisch von der Grafik her relativ simpel gestrickt, weil es so möglichst viel Performance und Speed quasi emulieren will. Und da hilft natürlich, wenn die Grafik relativ schlicht ist. Und zwar steuert ihr Einräder. Beziehungsweise ihr steuert die nicht, ihr seid ein Einrad. Und um Geschwindigkeit aufzubauen, müsst ihr Tricks machen. Also zum Beispiel hochspringen, Salto machen, runter und dann kriegt ihr einen Geschwindigkeitsboost. Sehr, sehr interessantes Spielprinzip. Es gibt verschiedene Spielmodi und so weiter. Wenn ihr mal ein etwas anderes Rennspiel spielen wollt, solltet ihr hier auf jeden Fall mal reinschauen. Dann kommen wir zu einer Arcade-Portierung. Und zwar Total Carnage. Ist natürlich grafisch durchaus ein Vergleich zu Arcade-Besunsweise Spielehallen-Version. Ich weiß immer irgendwie nicht, was ich sagen soll. Ist Spielhalle oder Arcade bei uns verbreiteter? Aber egal. Aber wie war es? Es wurde halt portiert. Ist natürlich grafisch wesentlich abgespeckt. Ist halt so ein Run-and-Gun-Spiel, was ja wohl von unten nach oben läuft und auf eine Draufsicht steuert. Besondere hier ist die Steuerung. Und zwar hatte der Arcade-Automat zwei Joysticks. Einmal links für sich bewegen und einmal rechts, um dann entsprechend die Feuerrichtung zu machen. Das wurde auf dem Super Nintendo Controller so ein bisschen emuliert. Und zwar bewegt ihr euch natürlich normal mit Steuerkreuz. Aber die Schießrichtung macht ihr mit den normalen Tasten. Weil die sind ja quasi auch wie so eine Art Kreuz angeordnet. Und dadurch, ja. Also ist es natürlich gewöhnungsbedürftig. Es ist sauschwer. Fans des Genres können da mal reinschauen. Sage ich immer so diplomatisch. So. Was ihr euch unbedingt mal anschauen solltet, wenn ihr Puzzlespiele haben wollt, ist The Brainies. Ist sehr, sehr interessant. Und zwar gibt es diese Brainy-Wesen. Es ist mal eines der wenigen Spiele von Titus übrigens, das auch wirklich gut ist. Und zwar gibt es verschiedene Wesen Brainy. Das sind so kleine Buschelwesen, sage ich mal. Und die müssen immer in einem Level zu einem Ausgang gelost werden, der genau dieselbe Farbe wie sie hat. Das Problem ist, sie können sich immer nur in einer geraden Linie bewegen. Das heißt, müsst ihr halt mit Hindernissen immer so gucken und so weiter. Klingt jetzt ein bisschen komplizierter. Macht viel Spaß. Ist mal ein schöner Ansatz. Mal ein anderes Puzzlespiel. Empfiehlt sich. Ist, glaube ich, auch nicht teuer, das Modul. Dann kommen wir zu einem nächsten Spiel, wo ich sehr positiv überrascht war. Und zwar, ich muss mal gucken, wie in der Reflexion. Disney's Pinocchio. Wunderschöne Technik. Gigantisch. Ich habe nicht viel erwartet. Lizenzversoffnung halt. Das kann ja nicht so gut sein. Das ist natürlich ein Plattformer, klar. Aber ist wirklich wunderschön gestaltet. Die Technik ist super. Plattformerpart ist solide. Kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz empfehlen. Macht da jetzt nicht den Bogen drum, weil ihr denkt, Lizenzversoffnung, das ist bestimmt nichts. Es hat sehr, sehr viel Charme. Ist ein sehr schönes Spiel auf jeden Fall. So, und dann noch eins. Das habe ich leider nur schwarz-weiß als Cover ausgedruckt. Da hatte ich meinen Farbdrucker noch nicht. War eines meiner frühen Spiele. Und zwar Coolspot. Das habe ich damals auf meinen 386er hoch und runter gezockt. Ist quasi ein Werbespiel der Getränkemarke 7 Up. Und deren Maskottchen ist ja dieser rote Punkt. Zumindest war es damals so. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute immer noch so ist. Den steuert ihr in einen schönen, soliden Plattformer. Habe ich meine Konsolenkrieg-Folge dazu gemacht. Und die Super Nintendo-Variante habe ich behalten. Die Mega Drive-Variante habe ich dann verkauft. Ich glaube, das war ein relativ unentschieden, was da rauskommt. Also beide Versionen haben ihre Vor- und Nachteile. Schöner Plattformer. Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. So ein hochqualitatives Werbespiel quasi. Aber damals ging das halt. Das gab es aber auch auf jeder Plattform. Ich glaube, da gibt es auch eine Game Boy Version und so weiter. Ist mal einen Blick wert auf jeden Fall. So, und dann als nächstes Spiel. Fun and Games. Das ist sogar auch mein Original von damals. Das kriegt man heute hinterhergeworfen. Ist im Prinzip Mario Paint im Billig. Was man auch mit Steuerkreuz spielen kann. Also ich sage immer so spaßesweise. Normale Kinder hatten damals Mario Paint. Ich hatte Fun and Games. Damals konnte man noch mit solchen Funktionen Leute unterhalten. Also es gibt so eine Art Paint-Programm. Dann gibt es Musikprogramm. Minispiele gibt es da und so weiter. Ist natürlich heute total obsolet. Aber ja, mein Original von damals. Ich habe es glaube ich auch nicht so, so oft und quasi langfristig gespielt. Aber schadet ja nicht. Dann ein Spiel, was ich glaube keinen mehr großartig vorstellen muss. Und zwar SimCity. SimCity sollte eigentlich jedem Spieler aus der Generation irgendwas sagen. Ist die Super Nintendo Variante. Zählt auch als die beste Variante des Originals. Es wurde auch da noch so ein bisschen Nintendo Charme quasi reingestreut. Dass zum Beispiel nicht Godzilla durch die Stadt läuft bei Katastrophen. Sondern Bowser und so weiter. Auch dieser Bürgermasse, der euch hilft. Der hat so ein bisschen halt diesen Nintendo Charme, sage ich mal. Es gilt als die größte oder beste Version. Für mich, mir persönlich fehlt ehrlich gesagt zu etwas die Mausunterstützung. Da das Spiel ja ein frühes Spiel war. Und da es die Super Nintendo Maus noch nicht gab. Gibt es die halt leider nicht. Und heutzutage würde man das einfach nachpatchen. Damals ging das logischerweise nicht wirklich. Ja, ist ein gutes Spiel. Kann man heute immer noch spielen. Sehr, sehr entspannte Musik auf jeden Fall. Hört ihr da. Als nächstes auch ein Flohmarktfund. Und zwar Air Cavalry. Sagt mir so gar nichts. Und ganz ehrlich, habt ihr auch nicht viel, viel verpasst. Das ist quasi Mode 7, Kampfhelikopter, Simulator. Aber auch nicht wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Sehr, sehr schwer. Ihr könnt gegnerischem Feuer so gut wie gar nicht ausweichen. Es steuert sich so ein bisschen sehr sperrig. Und dann ein Spiel, was ich euch allerdings empfehlen kann. Und zwar Poppin' Twinbee. Ich bin darauf gekommen, weil ich ja mit Shoot'em Ups konnte ich noch nicht so viel anfangen. Weil nie so mein Genre. In letzter Zeit bin ich da so etwas neugieriger geworden. Und etwas mehr reingekommen. Und zwar bin ich auf das Spiel durch Parodius gekommen. Und zwar ist dieses Raumschiff, was er hier spielt, einer der auswehbaren Spiele bei Parodius. Ist in den USA gar nicht erschienen. Aber ist ja fast schon so ein Cute-Term-Up, nennt man das ja. Also so ein Shoot'em-Up, wo alles so ein bisschen süß ist. Die Gegner ist etwas süß. Ach, der Grafikstil ist schön bunt und knuffig, sag ich mal. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so hart wie zum Beispiel X-Ray oder ähnliches. Ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Als nächstes, was auch einen Blick wert ist, ist Teenage Mutant Hero Turtles Tournament Fighters. Und zwar ist das im Prinzip ein Street Fighter Klon mit den Turtle Charakteren. Also Turtles gehen immer, würde ich sagen. Also warum kombiniert man das nicht mal schön? Ist natürlich, ja, Street Fighter ist natürlich neutral gesehen immer so das bisschen bessere Spiel. Aber so ein bisschen Turtle Charme, warum nicht? Kann ich euch empfehlen. Mal so ein schönes, schöner Brawler. Passt. Dann haben wir hier noch ein Puzzle Spiel. Und zwar nicht wundern, das ist das amerikanische Cover. Da heißt es Kirby's Avalanche. Hier heißt es Kirby's Ghost Trap. Ja, typisches, klassisches, süßes Puzzle Spiel. So ein bisschen Puyo-Puyo-Stil, wo ihr ja diese verschiedenfarbene Blobs habt, die ihr denn kombinieren müsstet, was auch denn so etwas geht und so weiter. Macht Spaß. Ist natürlich unvermüssiges Spielprinzip, was damals gut geklappt hat und heute natürlich immer noch. So, kleiner Schnitt und es geht auch sofort weiter. Und zwar mit dem nächsten Spiel, Gods. Das ist von, ähm, oh Gott, wie fette Greifte, von den Bitmap Brothers. Ha, ich hab mir schon beim Aufnehmen gedacht, hoffentlich vergisst du den Namen, nicht? Und zwar ist das Original ein Amiga-Spiel gewesen. Das sieht man auch so von dem Stil her. Sehr schöner Action-Plattformer. Das ist ein bisschen natürlich gewöhnungsbedürftig, auch von der Steuerung her, von der Grafik her, merkt man auch, dass es, finde ich, ursprünglich ein Amiga-Spiel war. Weil da dieser typische Amiga-PC-Stil da sehr schön durchkommt. Ist natürlich Geschmackssache. Mir persönlich gefällt der Stil. Schöne Spiel, auch das kein Must-Have, aber durchaus in Ordnung. Dann haben wir als nächstes ein, oh, muss ich mal gucken hier, wie ich das alles kaputt mache. Und zwar Super Tennis. Wieder ein Tennisspiel. Ähm, ich muss was beichten, ich bin nicht gut in Tennisspielen. Ich weiß nicht, ich kapiere das immer nicht mit dem Timing und so weiter. Ist nicht meine Welt. Ist auch ein sehr, sehr günstiges Modul. Auch das war, glaube ich, auf dem Super Nintendo-Poster dabei. Und deswegen habe ich mir das geholt. Ja, ne, wenn man es mal für 3, 4 Euro sieht, kann man es mal mitnehmen. Ist natürlich allgemein, äh, beim Super Nintendo, no, es geht hier alles hier hinten rein. Das ist natürlich immer so ein bisschen, Super Nintendo sammeln ist im Vergleich zu Gameboy ein bisschen teurer. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch mehr Gameboy-Spiele als Super Nintendo-Spiele. Ganz einfach, weil man im Zweifel immer 2 Gameboy-Spiele für ein Super Nintendo-Spiel kaufen kann. Vor allem die guten Spiele sind teuer. Obwohl sie nicht selten sind. Zum Beispiel Donkey Kong Country bezahlt man so 30, 35 Euro für ungefähr, wenn man es nicht irgendwo Schnäppchen findet. Und das waren ja nicht unbedingt seltene Spiele. Also, oder auch Super Mario World. Das hat ja auch gefühlt jeder. Aber das ist irgendwie bei Super Nintendo irgendwie seltsam. Aber naja, gut. Guck mal, als nächstes Super Drop Zone ist natürlich so ein bisschen die Adaption von den Arcade-Klassiker Drop Zone. Mir persönlich gefällt es nicht. Ihr habt quasi so eine Art Landschaft, wo ihr denn hin und her fliegt nach links und rechts Gegner ledigen müsst. Welchen, äh, ja, kaputt schießen müsst. Mein Ziel ist es nicht, ist, äh, meine Sache ist es nicht. Gott. Mein Stil ist es nicht. So wollte ich das sagen. Viel zu schwer mag ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Noch ein Spiel, was ich nicht mag. Aber man sieht so ein bisschen, die Qualität, die wird immer schlechter. Und zwar Itchy & Scratchy. Typisches Simpsons-Spiel. Haben sie mal ein bisschen was anderes probiert. Und zwar so ein bisschen, weil Itchy & Scratchy ist ja dieser Zeichentrick im Zeichentrick quasi. Weil was so ein bisschen dieses, uh, Cartoon sind zu brutal parodieren soll. Ja, äh, also ihr spielt den Itchy & Scratchy und kippt euch gegenseitig was auf den Deckel. Läuft zusammen durch Level, müsst Buffen finden und so weiter. Kein großer Fan. Weiß nicht, äh, das ist wirklich nichts. Was auch noch nichts ist, ist Rise of the Robots. Das ist ja schon fast berühmt berüchtigt, dass das Kacke ist. Und zwar ist das ein typischer Grafikblender. Das benutzt so ein bisschen diese vorgerenderten Stil, was zum Beispiel auch Donkey Kong Country eingeführt hat. Und es ist ein, ja, wie Street Fighter 1 oder ein Speed Mav-Spiel, spielt sich aber viel zu sperrig. Es mag gut aussehen. Ich weiß noch, wie ich damals in Spielemagazinen gesehen habe. Boah, die Grafik, huh, die sieht mal gar nicht mal so schlecht aus und so weiter. Aber das Spiel dahinter ist wirklich Müll. Auch da habe ich die Retropanda-Quizze-Folge zugemacht. Macht einen weiten Bogen drum. Also das Spiel ist wirklich Müll. Glaubt den Leuten, die euch das sagen. Es ist auch kein Geheimnis, dass das Spiel Müll ist. So, und was auch nicht so gut ist, boah, ich sehe gerade, wir sind ja gerade in so einer schlechten Phase. Das ist übrigens das, was ich angesprochen habe, aus der pinken Phase meines Druckers. Roadrunner Death Valley. Ja, auch das Idee gut, Umsetzung kacke. Technik auch, sieht super aus. Fängt den Stil der Cartoon-Serie super ein. Aber die Steuerung ist hakelig, das Sprungverhalten ist komisch. Also ihr müsst immer von den Coyote natürlich als Roadrunner wegrennen. Ja, nee, also, nee, 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 nee. Auch da Finger weg, bitte. Auch hier ein Spiel. Ich mag es überhaupt nicht. Und zwar Varios Woods, was eigentlich eher so Toads Woods heißen müsste. Und zwar ist es ein Puzzlespiel. Ihr müsst wie immer farbige Blöcke kombinieren. Und dann gibt es in derselben Farbe auch Bomben, die ihr quasi mit kombinieren müsst, damit die Blöcke dann auch verschwinden. Also normales Farbkombinieren reicht hier nicht aus. Das Problem ist halt die Steuerung. Und zwar steuert ihr die Blöcke nicht direkt wie in Tetris zum Beispiel oder ähnliches, sondern ihr flitzt mit Toad unten rum. Und der hebt dann halt die einzelnen Blöcke auf und wirft sie irgendwo hin. Bin ich kein Fan von, ist viel zu formulig zu steuern, macht keinen Spaß. Es gibt Fans von dem Spiel, ich mag es überhaupt nicht. Die Steuerung vermisst mir das Ganze wirklich sehr. So, jetzt kommen wir endlich mal wieder zu einem guten Spiel. Und zwar, ja, so ist es richtig rum. Mickey Mania. Herrliche Spiel, wird nicht sehr viel von geredet. Herrlicher Grafikstil, ihr Reis quasi durch die Zeichentrickgeschichte von Mickey Mouse startet bei dem Steamboat Wheelie in Schwarz-Weiß und geht dann über in legendäre Zeichentrickfilme mit der kleinen berühmten Maus. Grafik herrlich, sehr schöner Plattformer, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Soweit ich weiß, ist aber die Mega Drive Version ein Tick besser. Aber trotzdem ein fantastisches Spiel. Kann ich nur jedem Plattformer-Fan wärmstens ans Herz legen. Und dann kommen wir noch zu einem Plattformer. Es wird hier fummelig. Und zwar Adams Family. Auch das, man könnte denken, Lizenz-Gurke ist aber durchaus solide. Ist auch ein Plattformer. Ja, bietet jetzt nicht sehr, sehr viel Neues. Spielt nicht ganz meiner Meinung nach in einer ganz hohen Plattformer-Ecke mit, wie zum Beispiel Mickey Mania. Aber ist durchaus solide. Also Plattformer-Fans können hier ruhig mal einen Blick riskieren, auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine weitere. Ich leg's hier einfach mal oben hin, bevor ich hier komplett durcheinander komme. Jedes Mal. Und zwar Cannon Fodder. Auch das Spiel ist originär vom Amiga. Beziehungsweise PC ist, glaube ich, auch erschienen. Damals großer Aufschrei war das so brutal. Also im Prinzip steuert ihr eine Gruppe Soldaten durch ein Level per Echtzeitstrategie quasi und ballert halt auf alles, was ihr seht. Ballern macht ihr quasi selber manuell. Also jetzt nicht wie ein Command & Conquer oder sowas, dass ihr einfach den Befehl gebt, hier greift den an. Sondern ihr müsst halt die richtige Richtung packen und so weiter. Unterstützt auch die Super Nintendo Maus. Würde ich euch auch empfehlen. Wobei die Controller-Steuerung überraschend durchaus solide ist. Also da macht ihr auch nichts falsch. Sehr, sehr schönes Spiel. Ist mal was anderes auf dem System auf jeden Fall. Dann komme ich hier zum nächsten. Pinball Dreams. Habe ich ja mal einen Turbo-Test zu gemacht. Ich bin nicht der größte Flipper-Fan. Simuliert, glaube ich, vier oder waren es fünf Tische. Ist solide. Wird alles ganz... Auch das ist, glaube ich, originär vom Amiga, was importiert wurde. Ja, es ist halt Flipper. Es wird gut simuliert, aber es ist halt Flipper. Ich persönlich kann da nicht so viel mit anfangen. So, dann kommen wir zu einem sehr frühen Titel. Super R-Type. Das ist auch auf meinem Super Nintendo-Poster drauf, glaube ich, von damals. Sieht sehr schön aus. Aber wie alle Action-Spiele leidet es arg unter Slowdowns. Also wie alle frühen Action-Spiele auf dem System. Das meine ich. Arg unter Slowdowns. Ist gerade so immer noch spielbar. Ist natürlich sauschwer. R-Type sollte jedem bekannt sein. Also wenn man mit den Slowdowns leben kann, ist es ein durchaus solides Spiel. Aber, ja, schön ist halt anders. So, dann kommen wir zum letzten Spiel hier aus dem Regal. Wir kommen gleich noch so ein paar losen Spielen, wie ihr seht. Die habe ich schon mal aufgebaut. Crash-Test Dummies. Das habe ich mir besorgt, weil ich das ja für eine Retro-Panna-Quetsi-Folge benutzt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wer sich das gewünscht hat. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist Müll. Ist Müll. Geht auch so ein bisschen seinen eigenen Weg, dass ihr halt Gefahren ausweichen müsst oder sowas. Aber ist total unvorhersehbar und sauschwer. Der, also, nee, mein Stil ist es wirklich nicht. So, kommen wir zu meinen Losen. Also ich habe noch nicht alle so verwurstet. Weiter unten kommen wir auch noch zu ein bisschen aufwendigeren Spielen auf jeden Fall. Auch da gebe ich euch noch eine kleine Erklärung dazu. Gehen wir mal kurz die losen Spiele durch. Ja, das ist halt immer so ein bisschen, ich mache mal so ein paar in Reihe und dann ist man zu faul. Ihr kennt das wahrscheinlich immer, ne? Jeder Sammler, der ein bisschen was organisiert, kennt das, denke ich mal. So, und zwar Super Air Diver. Und zwar auch so eine Art Flugsimulation. Schön mit Mode 7. Ich habe da mal reingespielt. Beim ersten Mal dachte ich mir vor allem nur so, oh, ist ein Mist. Das macht mir gar nicht Spaß. Aber wo ich jetzt für diese Aufnahmen hier jetzt nochmal reingespielt habe, ich glaube, so mistig ist das gar nicht. Das ist durchaus solide. Ist natürlich, ja, Flugsimulation mit Mode 7 ist natürlich immer so ein bisschen eigen, aber immer noch besser als 3D. Ist, denke ich mal, solide. Wenn man es vielleicht mal billig irgendwo kriegt, kann man da mal reinschauen auf jeden Fall. Dann haben wir hier Wing Commander. Habe ich auf dem PC damals geliebt. Große, große Raumwelt, also Raumschiff-Weltraum-Simulation, so wollte ich sagen. Hier die Secret Missions, glaube ich. Da sind, glaube ich, hier sogar noch ein paar Zusatzlevel dabei. Oder verwechsel ich das gerade wieder in anderen Versionen. Ist egal. Macht mir auf dem Super Nintendo, aber ehrlich gesagt nicht ganz so viel Spaß. Das Kampfbildschirm ist kleiner. Also ich habe es vom PC her irgendwie besser in Erinnerung. Aber ich habe jetzt auch nicht so, so viel Zeit rein investiert. Aber auf dem PC, da merkte man schon, dass da ein bisschen mehr Power dahinter war. Und dass das Super Nintendo hier ein bisschen, ja, ein bisschen stark am Arbeiten ist. Also optimaler finde ich es auf dem PC auf jeden Fall. Dann haben wir hier SOS Sync or Swim. Ja, da habe ich so ein bisschen Probleme mit meinem Retron 5. Ich hätte da schon längst einen Test zugemacht, aber irgendwie läuft das nicht richtig auf dem Retron 5. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Obwohl, ich finde, es ist ein interessanter Titel. Hat so ein bisschen Lemming-Vibe quasi. Also ihr kommt auf ein Schiff und müsst da die doofe Mannschaft befreien. Ja, so Lemming-mäßig denke ich mal, dass man denen halt den Weg bereiten muss, dass die halt vernünftig zum Ausgang kommen. Wie gesagt, ich konnte leider bisher nicht großartig reinspielen. Macht aber auf jeden Fall einen interessanten Eindruck, sage ich mal. Dann haben wir hier Full Throttle All-American Racing. Da war ich etwas überrascht. Ich habe ehrlich gesagt mit einem Autorennspiel gerechnet. Okay, hätte ich mir das Cover vielleicht mal genauer angeguckt. Ja, ist eine interessante Kombination aus Motorrad und Jitski. Das heißt, auf der Straße und auf dem Wasser seid ihr da unterwegs. Macht einen durchaus soliden Eindruck. Ich habe jetzt mal so ein bisschen reingespielt, so die Motorrad-Situation oder die Ebenen. Dann ist es ganz lustig, dass ihr auch nach links und rechts treten könnt, wie in WoW-Trash zum Beispiel. Macht einen ganz interessanten Eindruck. Schaue ich mal, wenn ich mal Lust dazu habe, auf jeden Fall. Dann haben wir hier World Leach Basketball. Ja gut, Sportspiele, schlecht gealtert. Basketball sieht sehr sperrig aus. Ich habe überhaupt nicht gerafft, was ich großartig machen soll, muss ich ehrlich gesagt sagen. Als ich da reingespielt habe, ja, für einen Fünfer oder so, aber für die Sammlung. Aber ich glaube, ich sollte mal so eine Retropana-Quizzi-Folge nur mit Sportspielen machen, wo ich dann einfach total versage bei jedem. Oder so ein Best-of oder irgendwie sowas. Obwohl, für sich das wir angucken, ich weiß es nicht. So, dann kommen wir zu einem Jump'n' One. Das habe ich ja jetzt erst mir letztens erst gekauft. Und zwar das Dschungelbuch. Ja, es ist ein Virgin-Disney-Plattformer aus den späteren Jahren. Da bin ich nicht so unbedingt ganz, ganz große Fan von. Und es scheint solide zu sein, aber die steuern sich, finde ich, immer alle ein bisschen komisch. Ist auch nicht ganz so leicht. Also, ja, ist okay, aber jetzt nicht so, dass man es jetzt unbedingt haben muss, denke ich mal. Dann haben wir hier Samurai Showdown. Da bereite ich sogar gerade einen Test vor. Ist ein sehr, sehr netter Prügler, ja, so im Stil von Streetfighter und so weiter. Und zwar ist da der Kniff, dass die Kämpfer Waffen haben. Da spielt es im japanischen Mittelalter, ich weiß nicht, Mittelalter, also im 18. Jahrhundert, zu Ende des 18. Jahrhundert. So ein bisschen der Stil. Die Krieger haben Waffen, natürlich Unterschiedlichkeiten und so weiter. Sehr, sehr schönes System. Macht sehr viel Spaß. Auf jeden Fall als Prügel-Fans können hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Hat einen allgemeinen guten Ruf auf jeden Fall. So, dann haben wir hier Beware the Ultimate Evil of Warlock von LJN. Ja, das scheint natürlich, LJN sagt natürlich ein Mistspiel wahrscheinlich, aber so scheiße soll das gar nicht sein. Aber wie war es, die Grafik sieht, finde ich ganz nett. Ich muss mich mal einfach genauer mit beschäftigen. Ist eine Filmumsetzung, also jetzt die ganz großen Höhen erwarte ich jetzt bei dem Spiel nicht. Aber schaue ich mal, ne. So, dann der Rasenmähermann, habe ich einen Test zugemacht und zwar hat mich immer dieses Cover interessiert. Ich wollte immer wissen, was sich dahinter versteckt. Ist das Spiel zu einem Steven Spielberg-Film. Er ist so ein Shoot-in-up mit so 3D-Einlagen geworden zwischendurch. Ich bin kein Fan von dem Spiel. Ich habe da nicht so den Zugang zu gefunden. Also ist alles so halbherzig umgesetzt, habe ich so das Gefühl. Für die Grafik ist es nicht so super, dass das One-and-Gun-Gameplay ist. Ja, da hast du kein Wunder hinter und so weiter. Also ich weiß es nicht. Nicht unbedingt eine Empfehlung. Dann Super Guts und Ghosts. Ja, da versuche ich mich schon. Da drücke ich mich eigentlich schon die ganze Zeit. Hat natürlich einen sehr, sehr guten Ruf auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall eines der bekannten Spiele. Ist aber auch einfach sauhart. Und ich bin halt, ich oute mich. Ich habe da nicht so die Geduld, mich mit diesen super schweren Spielen auseinanderzusetzen. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich wirklich Lust drauf habe, ja. Aber es ist ein gutes, solides Spiel auf jeden Fall. Ist natürlich halt nur sausau hart. So, ich schiebe das mal so ein bisschen hierher. Dann noch eins meiner neueren Pickups. Das Timeslip ist anscheinend ein nettes One-and-Gun-Spiel. Auch natürlich sehr hart irgendwie. Genauso wie Shoot'em-Ups scheinen One-and-Gun-Games meistens irgendwie schwer zu sein. Ich schätze mal, weil die meisten oder das Genre ja eher so die Geschichte aus der Arcade hat. Sieht sehr interessant aus. Habe ich jetzt auch da nicht die Möglichkeit gehabt, bisher jetzt großartig reinzuspielen. Aber es sieht durchaus solide aus. Dann haben wir hier den Kid-Clown. Also, die Retropana-Quizze-Folge müsste, glaube ich, in einer Woche kommen. Ich hatte irgendwie sehr stark vorproduziert, weil ich wusste, dass dieses Video halt sehr, sehr viel Aufwand bedeutet. Und da wollte ich jetzt mir eine Woche quasi komplett dafür Zeit nehmen. Ja, also die Grafik sieht gut aus, aber das Gameplay ist halt sehr, sehr komisch. Es ist quasi, heute würde man es sagen, hier sowas wie Temple Run und so weiter, wo ihr halt eine Strecke langlaufen müsst und Hindernissen ausweichen. Steuert sich komisch, Perspektive komisch, Gameplay komisch. Also, wenn ihr Details haben wollt, guckt in die Retropana-Quizze-Folge rein. Ich bin kein Fan. Aber ich glaube, Fans von dem Spiel gibt es eher wenige. Denn mein einziges amerikanisches Modul, da kam der Test ja letzten Donnerstag. Und zwar Krustys Super-Fun-House ist Simpsons-Spiel natürlich. Krusty ist aber eigentlich ein anderes Spiel, und zwar Red Trap auf den Amiga, wo es einfach quasi mit ein paar Simpsons-Sprites drüber gelegt wurden. Merkt man dem Spiel auch an. Geht als das beste Simpsons-Spiel auf dem System. Was ich aber auch nicht sagen muss, dass das Spiel ist hammergeil. Also, ja, kann man spielen, ist zumindest ein nettes Knobelspiel. Ein nettes Knobelspiel. Also, ihr habt Ratten, die ihr quasi in eine Falle locken müsst und dafür quasi da den Weg bereiten müsst. Ja, hat viele, viele, viele Probleme. Aber, na gut, wenn ihr Simpsons-Spiel auf dem System spielen wollt, dann am ehesten das auf jeden Fall. Und dann ein Spiel, zwar Ik the Cat. Das hatte ich auf der Retro-Person Hannover dieses Jahr gekauft, weil irgendwie der Titel sagte mir nichts und das sah super interessant aus. Also, da habe ich da mal zugegriffen. War auch nicht teuer. Habe ich den bei Retro-Pana-Quiz sich gemacht. Ja, hat ein interessantes Spielprinzip, was aber auch nicht ganz so zugänglich ist. Und zwar müsste er so eine alte Oma mit Schubsen und Werfen und so weiter zum Ausgang buxieren. Die Steuerung ist irgendwie so ein bisschen hakelig, finde ich. Die Grafik für das allgemeine Spiel sieht sehr, sehr dunkel aus. Da sieht es hier gerade selber. Sehr, sehr seltsam. Ich bin kein Fan davon. Basiert wohl auf einer Zeichentrickserie, die mir persönlich jetzt aber überhaupt nichts sagt, diese Serie. Aber, na gut. Also, Ik the Cat. Lieber Bogen drum machen. So, und dann haben wir hier noch, auch aus der pinken Phase quasi, Tetris Attack. Auch das wieder ein typisches Puzzle-Spiel von oben nach unten fallen, Blöcke durch hier ein bisschen kombinieren. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass ihr quasi einen Cursor habt und die Blöcke nur gegenseitig vertauschen könnt. Und dadurch hat die Sachen kombiniert. Ist nett, hat mit Tetris natürlich wenig zu tun. Haben sie wahrscheinlich Marketing-technisch nur genommen, deswegen den Namen. Ja, kann man als Puzzle-Fan spielen. Auf jeden Fall besser als Mario Roots zum Beispiel. Ist solide auf jeden Fall. So, und das waren meine losen Super Nintendo-Spieler. Aber ich habe natürlich auch die IDO oder andere OVP. Und zwar fangen wir damit an. Und zwar F-Zero. Sollte jedem bekannt sein, Mode 7-Renner noch vor Mario Kart. Ja, wurde damals ziemlich gehypt. Sollte so ein bisschen die Technik und diese Kraft dieses neuen Systems zeigen. Ist ein sehr, sehr solides Rennspiel. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist auch nicht so teuer. Ich glaube, ich habe jetzt mit der OVP, ja gut, jetzt so ein paar kleine Macken, sage ich mal, auch hier hinten. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so der eine, der darauf achtet hat. Ich glaube, irgendwie 12, 13 Euro mit OVP bezahlt. Kann man nichts falsch machen, würde ich sagen. Denn als nächstes war eigentlich nur so ein Bundle-Kauf. Prince of Persia ist quasi, ja, eine 16-Bit-Variante des alten Klassikers. Ja, ich habe ja schon bei den einen oder anderen durchschalten lassen. Ich bin kein großer Fell von Prince of Persia. Aber das scheint auch jetzt keine andere oder neue Version zu sein, sondern wirklich das alte, auch vom Levelaufbau und so weiter, nur halt auf grafisch auf die 16-Bit-Ebene so ein bisschen gehoben. Ich bin kein Fan davon. Es sieht zwar gut aus, aber dadurch, dass ja diese Steuerung in diese einzelnen Felder eingebaut ist, fühlt es sich immer so ein bisschen hakelig, so ein bisschen indirekt an. Also ich bin kein großer Fan von, aber naja, was man hat, das hat man. Und dann habe ich hier noch Super Mario All-Stars. Ja, ich glaube das erste HD-Remake der Spielegeschichte quasi, wohl wahrscheinlich nicht das erste, aber quasi das HD-Remake-Bundle. Und zwar ist das dort, dass die alten NES-Super Mario-Teile plus, weil was hier nicht erschienen ist, Super Mario World Lost Levels. Das war ja in Japan, Super Mario 2. Hier kam ja Super Mario 2, wie hieß das, Doki Doki Panic oder sowas, raus, was einfach Reskin war, weil die Japaner dachten, okay, das ist so schwer für die blöden Westler. Ja, auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr schönes Re-Design, sollte auch auf jeden Fall Pflicht sein. Diese Spiele sind einfach unverwüstig und dann die quasi noch als Super Nintendo-Variante zu haben in 16-Bit-Optik, also in der Super Mario World-Optik, sehr, sehr schöne Spiele auf jeden Fall. Dann haben wir hier SimCity. Ja, ich glaube das hatten wir da, ne? Ich habe vergessen, das quasi hier reinzusortieren, dass ich da die Box habe. Wie weit, da habe ich die Box für. Das habe ich wahrscheinlich jetzt hier beide mal, weil, wie ihr seht, habe ich ja auch hier diese Plastikdinger drum zum Schutz. Und logischerweise, wenn man weiß, dass man das Spiel vielleicht ab und zu mal rausholt zum Spielen, dann packt man die nicht hier rein, weil dann würde man ja eventuell immer die Box beschädigen. Deswegen ist das da. Ja, so und dann haben wir ein kleines Highlight und zwar meine einzigste Repro, die ich habe. Und zwar ist hier wieder auf Mana 2. Das ist außerhalb von Japan damals leider nie erschienen. Das ist eine Repro mit einer schönen Box. Anleitung war dabei, Poster war dabei, Modul natürlich mit dem deutschen Sprachpatch drauf. Das heißt, das kann man jetzt problemlos spielen. Repro-mäßig habe ich persönlich damit da kein Problem, weil jeder weiß, dass es eine Repro ist, weil es gab das nie hier quasi zu kaufen, schon gar nicht in der deutschen Version offiziell. Deswegen habe ich damit kein Problem. Es ist halt was anderes, wenn man natürlich jetzt irgendwelche teuren Spiele reproduziert und so tut, als ob die die Original wäre. Deswegen habe ich damit kein Problem. Und da ich ein großer Fan von Sega of Mana 1 bin, musste ich mir das holen. War jetzt kostenmäßig, sagen wir mal, wie ein neues Computerspiel. 50, 60 Euro habe ich dafür bezahlt. Das ist quasi die Lux-Variante. Ist sehr, sehr schön aufgemacht, muss ich sagen. Das Spiel ist auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich finde es schade, dass das nicht hier nach Europa gekommen ist. Sehr, sehr schönes Spiel, was vielleicht sogar noch einen Tick noch oben bei Sega of Mana drauf sitzt. Technisch auf jeden Fall. Spielerisch habe ich ja im Let's Play angefangen. Ein bisschen auch schon was gespielt. Ist halt natürlich die Nostalgie vom ersten Teil schwer zu schlagen. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Spiel auf jeden Fall. So, meine letzte OVP, die ich habe, ist Castlevania. Gut, muss ich keinem mehr sagen. Ein fantastisches Spiel, fantastischer Soundtrack. Das einzige Nachtrag, was ich hier habe, da war die Anleitung nicht dabei. Also, falls einer von euch die Anleitung hier von vielleicht zum Verkauf oder Tausch da haben sollte, meldet euch einfach bei mir. Ich hätte natürlich das schon gerne komplett. Aber fantastisches Spiel, muss ich nicht mehr viel zu sagen. So, das waren meine OVPs. Dann kommen wir hier zum Endspurt. Und zwar seht ihr hier unten schon vielleicht, ich kann es da dann den Kamerawinkel nicht weiter nach unten machen. Sonst würde ich meinen Kopf nur halb sehen. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Auf jeden Fall ein großes Highlight, kann ich euch schon zeigen, ist das hier. Und zwar, wie ihr seht, ein Super Nintendo in einem fantastischen Zustand. Nicht vergilbt. Ich habe es auch nicht nachbearbeitet. Da ich den Retron 5 benutze, ist das natürlich bei mir eher so ein Ausstellungsstück. Fantastischer Zustand. Und wisst ihr, warum das so ein tolles Zustand ist? Das ist meins von damals. Herrlich. Ich habe es durch Zufall auf dem Dachboden gefunden, wo ich vor anderthalb Jahren mal meine Eltern war. Meine Mutter hat immer behauptet, nee, nee, das hast du alles damals verkauft. Lag auf dem Dachboden. Fantastischer Zustand. Das ist mein Original. Und da hängt man natürlich noch wesentlich mehr dran. Also herrliches Ding auf jeden Fall. So, und dann kommen wir hier zu etwas anderen Spielen. Und zwar seht ihr schon, die Verpackung hier ist anders. Und zwar sind das die ersten Spiele, die ich in meiner Sammlung hatte. Da habe ich, als ich dann nach Tipps gesucht habe, wie man die am besten aufbewahrt, den Tipp bekommen, dass die in alten VHS-Höhen aufbewahrt werden. Ich habe jetzt zu dem Prinzip jetzt gewechselt, weil die VHS-Höhen, die sind mittlerweile echt schwer zu bekommen und wenn, dann arsch teuer. Und außerdem ist das natürlich wesentlich platzsparender aufbewahren als da. Ja, also es passt ganz gut rein. Man kann auch entsprechend die Anleitung dazu packen. Ich habe da, bei Zelda habe ich jetzt zwei Anleitungen. Also einmal, als ich mir das Spiel gekauft habe, dann habe ich noch eine Anleitung und dann halt dann auf dem Dachboden gefunden. Ja, Zelda, ein fantastisches Spiel. Ich habe es damals geliebt. Kann ich nur jedem sein Herz empfehlen, aber sage ich jetzt, glaube ich, keine große Überraschung, dass das gut ist, oder? Solltet ihr alle kennen. So, denn als nächstes Spiel Theme Park von Bullfrog. Ich habe das damals auf dem Computer geliebt und als ich dann mal festgestellt habe, dass es auch eine Super Nintendo-Variante gibt, muss ich mir die natürlich besorgen. Ist natürlich im Vergleich zu der PC-Version technisch schon abgespeckt, sage ich mal. Und es fehlt einfach die Maussteuerung. Also mit Controller ist das schon sehr hakelig. Wenn ihr das Spiel spielen wollt, dann besorgt euch die PC-Version. Nett gemeint, aber es ist, glaube ich, eher so als Cash-In gedacht. Es funktioniert, aber nicht gut. Das ist so eine Aufbau-Simulation. Bei SimCity geht es mit Controller, aber hier, da fehlt mir auf jeden Fall die Maus, wie man die Wege zieht und so weiter. Ist okay, aber, also ihr baut einen Freizeitpark auf, falls euch das Spiel nicht sagt. Das übrigens. So. Und zwar auch hier, nicht täuschen, Illusion of Gaia. Das ist der amerikanische Titel. Ist natürlich Illusion of Time. Auch mein Spiel von damals, auch das habe ich mir, glaube ich, damals auf dem Flohmarkt geholt. Auch eins dieser Action-Rollenspiele der Zeit. Auch das hat einen interessanten Ansatz. Und zwar könnt ihr in Dungeons so zwischen verschiedenen Kämpfern wechseln. Ihr seid normalerweise so ein kleiner Junge, der nicht viel kann. Könnt aber einen Ritter und irgendwie so ein Energiewesen wechseln. Ist interessant, auch nicht gerade einfach. Ich habe es damals gemocht. Spielt nicht ganz in der Liga von Zwiegut of Mana mit. Aber ist durchaus solide, würde ich sagen. Dann haben wir hier ein ungewöhnliches Spiel, was ich damals wirklich gesuchtet habe. Und zwar Pilotwings. Ja, Pilotwings, auch das ist entstanden eigentlich, weil damit Nintendo seinen Mode 7-Effekt zeigen wollte. Ja, es ist das Prinzip, ihr seid in der Flugschule und müsst verschiedene Fluglizenzen machen. Also verschiedene Aufgaben mit dem Doppeldecker fliegen. Ihr müsst Fallschirm springen, ihr habt so einen Raketen-Jetpack und so weiter. Sehr, sehr schönes Spiel, was mal ein bisschen was anderes ist auf jeden Fall. Kann ich nur jedem empfehlen. Kriegt ihr auch günstig hinterhergeworfen auf jeden Fall. Was nicht günstig ist, aber trotzdem super, ist Turtles in Time. Super Brawler. Ich glaube, vielleicht sogar der beste für das System. Turtle Charm. Ha, herrlich. Macht viel Spaß. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Wenn nicht, spielt es, kauft es euch. Wobei das Modul auch schon so 60, 70 Euro, glaube ich, kostet. Ist nicht billig, aber sehr, sehr gut auf jeden Fall. So, dann haben wir hier noch ein ungewöhnliches Knobelspiel, Lost Vikings. Ein Frühspiel von Blizzard, wo sie noch nicht Blizzard hießen, sondern Silicon and Synapse. Ihr habt drei Wikinger, die müsst euch durch Level puzzeln. Jeder der Wikinger hat verschiedene Fähigkeiten. Da gibt es zum Beispiel den mit dem Schild, der halt irgendwelche Projektile abfangen kann und so weiter. Ja, macht viel Spaß. Ist mal etwas ein anderes Puzzlespiel auf jeden Fall. Kann ich euch nur sehr empfehlen. Dann noch ein Klassiker. Donkey Kong Country. Sag ich auch keinem was. Also ihr merkt schon, meine ersten Spiele, das waren so Klassiker, die es keine großen Überraschungen bieten. Hat mich damals wirklich weggeblasen. War wirklich super Grafik, super Gameplay, super herrlich. Die haben da wirklich einiges aus dem System rausgeholt. Wenn ihr es nicht kennt, spielt es. Aber ich wiederhole mich. Was vielleicht noch nicht so viele kennen. Und zwar Plock. Klingt komisch. Ist aber ein sehr, sehr schöner Plattformer. Und zwar habe ich mir das damals von einem Kumpel geholt und mit darauf gekommen. Hat einen sehr schönen Stil. Sehr schöne Musikauswahl. Ihr spielt quasi den Plock. Heißt der, glaube ich. Und eure Waffe sind eure Gliedmaßen. Also ihr werft eure Arme und Beine. Und die kommen wie ein Bumerang wieder zu euch zurück. Das wird dann natürlich für Rätsel benutzt und so weiter. Ab und zu findet ihr auch mal ein Kostüm, wo ihr quasi einen Flammenwerfer bekommt und so weiter. Kleiner Geheimtipp. Kriegt ihr sehr günstig für 5, 6 Euro auf jeden Fall. Solltet ihr mal spielen, wenn ihr Plattformer mögt. Dann ein weiteres Rollenspiel. Secret of Evermore. Habe ich auch schon reingespielt. Hatte ich auch damals leider nicht. Also da ging irgendwie viel an einem vorbei natürlich. Hat auch seinen ganz eigenen Stil. Macht auch Spaß. Hat, hoffentlich sage ich jetzt nichts falsch. Hat rundenweise Kämpfe. War das rundenweise Kämpfe? Ich habe da gerade noch erst vorgestern reingespielt. Ihr merkt, ich habe natürlich für alle Spiele, habe ich kleine Spielevideos gemacht. Da kommt schnell was durcheinander. Ich glaube, das waren Echtzeitkämpfe. Aber ihr hattet einen Hund als Begleiter. So war das. Ist nett. Auch nicht gerade einfach. Aber eines der goldenen Rollenspiele aus der Super Nintendo Ära. Das Spiel hatte ich mir geholt. Ist auch ein Frühjahrsspiel. The Magical Quest starring Mickey Mouse. Und zwar weiß ich noch, wo ich die Bilder in so Club Nintendo Magazinen gesehen habe. Es sah mal fantastisch aus. Aber früher ging das an mir vorbei. Macht noch sehr, sehr viel Spaß. Ist ein sehr, sehr schöner Plattformer. Verlasst euch bitte nicht von Mickey Mouse irritieren, von wem Kinder kamen oder sowas. Steuert sich sehr schön. Die Grafik ist sehr schön. Das ist natürlich ein früherer Titel. Das sieht man natürlich so ein bisschen, dass es an diesen Feinheiten fehlt, die es später gab. Ein sehr, sehr schöner Titel. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Denn für alten Punch-Out-Fan war für mich natürlich super Punch-Out natürlich ein Muss. War auch mein erster Super-Nintendo-Test, den ich jemals hier auf dem Kanal gemacht habe. Wobei, also ich finde das NES Punch-Out nach wie vor besser, muss ich sagen. Das kommt mir so etwas schwerfälliger vor, von den Bewegungen her. Aber es ist natürlich nur so ein persönlicher Eindruck. Ansonsten, ja, es baut die solide Formel, sage ich mal, weiter auf jeden Fall. Nicht verkehrt. Kommen wir zum nächsten. Donkey Kong Country 2 geht bei vielen als der Beste der Donkey Kong Country Trilogie. Ich hatte damals nur den ersten Teil leider. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Den dritten Teil habe ich persönlich noch nicht gespielt. Aber der zweite Teil ist auf jeden Fall wirklich noch einen Tick besser als der erste Teil, meiner Meinung nach. Vor allem hier, weil die neue Diddy Kong noch etwas viel besser ist. Mit diesem Zopf kann es so ein bisschen fliegen und so weiter. Das bringt noch ein bisschen mehr Variation hinein. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, und das Spiel zeige ich euch noch kurz. Super Mario World. Muss ich was dazu sagen. Ihr kennt es alle. Launch-Titel. Superspiel. Gilt bei vielen auch da, wie bei mit dem zweiten Teil. Manche sagen, der Teil ist besser. Manche sagen, der zweite Teil ist besser. Ich hätte es damals komischerweise nie. Keine Ahnung. Ich dachte, es würde immer mit der Super-Hinterne-Konsole ausgeliefert geworden sein. Aber ich hatte es irgendwie nicht. Ich schätze mal, ich hätte mal ein anderes Bundle oder irgendwie sowas. Also ich weiß es gar nicht mehr, was ich da genau hatte. Auf jeden Fall super Spiel. Sollte jeder haben. Denn auch ein teureres Spiel. Mega Man X. Da zahlt man ja auch schon mittlerweile starke Preise für. Das geht hier irgendwie auf. Das schließt irgendwie nicht richtig. So. Jetzt haben wir auch so 60, 70 Euro mindestens für mittlerweile, glaube ich. Zumindest damals, als ich es gekauft habe. Vor zwei Jahren. Das war so mein erster teurer Titel. Der Mega Man muss ich nicht sagen. Diese X-Serie, die ist sehr, sehr gut geworden. Aber die Mega Man-Serie ging damals auf den NES an mir ein bisschen vorbei. Ich hatte Wilde's Rache auf den Game Boy. Da hatte ich sehr viel Spaß dran. Aber die X-Serie fantastisch. Also jeder Mega Man-Fan kennt es wahrscheinlich. Den sage ich nichts. Aber super Action-Plattformer auf jeden Fall. Auch ein Spiel, was ich damals geliebt habe. Street Fighter 2 Turbo. Ich hatte es persönlich leider nicht. Aber ein Kumpel, mein Nachbar. Der Carsten hatte das. Und da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Der hatte das nicht. Aber er hatte einen Freund, der es hatte. Und dann hat er es geliehen. Dann haben wir im Garten gezeltet. Hatten da so einen kleinen Röhrenfernseher. Super Nintendo. Und dann haben wir im Garten im Zelt das Spiel gezockt. Ich weiß noch, wo ich ganz stolz drauf auf mich war, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Und zwar habe ich das mit Honda durchgespielt. Mit dieser Armattacke habe ich halt abused. Und halt Kämpfe gewonnen. Schöne Spiele auf jeden Fall. Ich glaube, der beste Brawler auf dem System. Wobei ich natürlich jetzt auch kein Experte in dem Genre bin. Also nimmt mein Wort jetzt nicht für komplett voll. Dann haben wir hier Super Mario Kart Pflichttitel. Ist auch glücklicherweise mein Modul von damals. Das heißt, es ist alles freigeschaltet. Also mein Bruder ist ein großer Rennspiel-Fan gewesen. Also mittlerweile hat er mit Videospielen überhaupt nichts mehr am Hut. Aber ein großer Rennspiel mit meinem Bruder immer Schlachten geliefert. Wobei wir nicht immer diesen Versus-Mode gemacht haben, sondern immer die Grand Prix gespielt haben und da alles freigeschaltet haben. Herrliches Spiel. Mario Kart Fan allgemein bin ich persönlich nicht großartig. Ich spiele zwar mal, aber es ist nicht so, dass ich jetzt alleine großartig spiele. Für mich ist das immer so ein bisschen so ein Multiplayer-Spiel. Vielleicht, weil ich von damals so geprägt bin. Ich habe keine Ahnung. Aber kennt jeder alle das Spiel. Da muss ich nicht viel für zu sagen. Was nicht so bekannt sein dürfte, aber sehr, sehr gut ist, ist Goof Troop. Und zwar ist das ein nettes Puzzle-Spiel. Ihr steuert hier Goofy und Max durch eine Pirateninsel. Ihr müsst ein bisschen Blöcker verschieben und so weiter. Piraten erledigen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist. Eigentlich wird es an jeder Ecke schwärmstes empfohlen. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, spielt bitte unbedingt rein. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Es ist eurer Zeit wert auf jeden Fall. Goof Troop. Dann kommen wir zum vorletzten Spiel. Ihr habt es gleich geschafft. Und zwar Rock'n'Roll Racing. Auch das leider eines der teureren Spiele mittlerweile. Ich glaube, so 40, 50 Euro muss man dafür bezahlen. Auch eines der früheren Blizzard-Spiele, wo so noch Silicon and Snubbs hießen. Das ist quasi RC Pro AM. Ein bisschen so auf Rock'n'Roll und auf Drogen. Schön isometrische Ansicht. Ihr steuert eure Fahrzeuge durch Strecken. Ihr könnt den Fahrten natürlich aufrüsten und so weiter. Auch das dürfte dem meisten von euch bekannt sein. Schöne Spiel auf jeden Fall. Und kommen wir zu dem letzten Spiel in meiner Sammlung. Und zwar Lemmings 2. Ja, Lemminge war früher ein großes Thema auf jeden Fall. Deuterte eigentlich auch den meisten bekannt sein. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich jetzt bei dem Spielen immer. Aber es ist so. Waren früher eine Riesensache. Und zwar laufen die automatisch Level entlang. Und ihr müsst quasi den Lemmingen verschiedene Fähigkeiten zuordnen. Und damit die dann halt auch weiterkommen. Wie zum Beispiel hier, mach da mal hier den Berg weg. Oder hier springt ihr mal bitte mit dem Fallschirm runter. Oder da spannst du mal ein Seil, dass die alle rüberkommen und so weiter. Kann man auch mit der Maus steuern. Würde ich euch auch empfehlen. Weil es mit dem Controller etwas hakelig ist auf jeden Fall. Aber es ist durchaus ein Blick wert. Es ist solide umgesetzt auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir durch. Das war meine Super Nintendo Sammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war natürlich ein sehr langes Video. Aber ich wollte zu jedem Spiel auch so ein bisschen was sagen. Anstatt hier, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Das interessiert keinen. Danke, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dass ihr auf jeden Fall was durchgehalten habt. Vielleicht mache ich auch zu meiner Gameboy Sammlung auch nochmal ein Video. Wobei die jetzt noch aufwendiger und länger wird. Deswegen schiebe ich das erstmal noch ein bisschen vor mich hin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Tschöö.